ja meine Güte kraft wie man playt wieder das war zu verletzten Das mach B Doncs! Das mach Bzz Bzz Ja. Du bist so ne Sau Ich sollte noch irgendwann eine Pause machen das wird unschön das wollte ich nicht ach so ist eh vereist oder was ist wenn ich das Feuer mache ah das ist cool ja das kannst du ja gegen sie verwenden ja gegen sie verwenden oder sie springen ja ich wollte ganz sagen es wird verkehrt du musst es wohl ist im Schleimhaus wir sowie wieder beliebigen das reicht das wird lustig konnte noch nachher zu schaffen das ist ein toter Mann heute ist leicht zu töten da jetzt leicht zu töten du musst er es soll ist sie mir haben zu üben wegen mittler fahrt die kinder und ging das er hat sich weg lauf hatte die kinder ist die kinder ist die kinder ist die kinder ist aber auch wissen wie man es wie man um sich rum vereist das was nicht bis er in nein nein das schiefst und das so meinst du aber recht kirk jetzt ich hätte meine Waffen für Zauberstücke aber die kinder hatte schiefst m m et m erst her auf jetzt er hat sich zu bewegen wir hatten ich mich nicht schnell anzünden warte das sind bücher wo spaß ich wollte ich nicht treffen was ich hab dich doch wiederbelebt nur gut so geht es auch die nun geht die russes schnell ich spüre post das ist cool ich möchte es doch auch kennen einen Weg ich will hier haben wir können so auch unterkommen einfach ja ich suche wir marschieren hier schön auf und ab Pro ja ich heilend gute Dänen und ich das gefühl wir sind fixed Info bücher ich finde sie nur nicht oder scheiße euch steht das wollte ich nicht ich bin tot ich kümmere mich um die Großen er hat mich gebasht ich muss mich anzünden bitte echt nicht du brauchst mich auch nicht so töten was ist mit dem was ist mit dem was ist mit dem ich muss mich anzünden suchen wir da ein bisschen shit erkunden wir hier eine balliste ok boah das sind ja die nervigsten warte womit kann ich ihm jetzt schaden machen damit einmal nicht was jetzt muss ich wieder mit runter kommen nein bring mich um und belebe mich wieder ja du bist doch selbst um wie denn ich habe also er hatte ja wir müssen dann echt aufhören ich bin schon so müde und und hunge habe ich ein bisschen danach. Ja, ich weiß, ich habe einen Riesen-Hunger gerade. Ich wusste mal, der, der gesagt hat, das ist ungesund. Ich weiß, ich werde auch wahrscheinlich nichts mehr essen. Aber ich möchte es nur feststellen. Wir verwenden irgendwie keine anderen Zauberer als Verbläts. Ja, das geht am schnellsten. Warte, was ist mit dir, hä? Okay, ich bringe halt deinen Partner um. Das ist ja fast schon langweilig. Wirklich? Die hätten mir Donner-Kyle nicht so früh geben sollen. Hoppla. Oh shit, ich habe mich verzaubert. Oh, das ist aber auch scheiße mächtig. Ich habe dich satt gemacht. Oh, das ist auch super. Was, was ist los mit dir? Jetzt habe ich einen Stein von... Oh, das ist jetzt gar zu geschickt. Wieso kann ich Zeitzehrung nicht zaubern? Oh, klasse. Ich bin ein Idiot. Oh, ich bin so weit weg. Ähm... Wie habe ich das jetzt gerade vorher gemacht? So nicht. So auch nicht. Wie zauber ich die auf dem Boden? Solche Bomben... Wie mache ich das noch einmal? Gehe ich von rechts kriege? Wow. Musst du ihn bei dir einsperren. Komm, ich booste jetzt einfach dein Schild, dass du nicht rauskommst. Du bist so eine Sau. Äh... Was? Hast du es gesehen? Oh. Oh. Ich kann... Nein. Wie habe ich das aber gemacht? Shift-Rechts-Klick. Ja. Fuck. Geht das dann auch so? Scheiße. Danke. Ähm... Wie habe ich das denn mit den... mit den Arcan-Fallen gemacht? So nicht. Naja, Schild, Arcan. So auch nicht. Wie? Schild, Arcan. Shift-Rechts-Klick. Fuck, ich bin tot. Aber wie es mich zerlegt hat. Ja, das ist was Großes. Ich glaube, das müssen wir umbringen. Der Donnerkeil. Der Arschloch. Oder gehen wir hier rauf? Oh, der ist schon wieder. Fuck mich ja meist an. Die brauchen so viel Zeit. Oh, oh. Ja, was? Fuck. Oh, das klingt auch schnell. Oh, das klingt auch schnell. Arschloch. Woah, woah, woah. Ich steh nur blöd da. Es zieht mir recht. Ja, was? Was jetzt? Also wie Breaches aufgangen. Oh, Bruden! Was ist das? was ist mit denen wer hat mich bedroht nicht weil ich lieber noch du bist du spiel gehen nicht weg von mir er ist die brauchen so viel Zeit zum sterben Prozent wenn er nicht tot wird sie beide zu er hat er oft mit dem Blödsinn ich bin so müde schon